Hallo liebe Volkskammer und auch hallo liebe Darmstrasse Vorsitzende. Ich habe ja außer den ersten klassischen Filmen, die ich drehe, auch noch so richtig viel Kohle eingesammelt für meine Partyammer. Für die geschichte Beobachter war in den Interviews gesichert, dass mir gelungen ist, dass das Ansehen der internationalen Schlepperwandel in den Orten verbesser. Unsere gleichgeschalteten Presseorgane haben uns dabei gut geholfen. Eigentlich sind Schlepperorganisationen Verbrecher und ihr Wirken ist kriminelles Handeln. Wir konnten die Meinung der Öffentlichkeit so manipulieren, dass in der Wahrnehmung die Schlepperwanden fast schon als ehrenwerte Unternehmungen angesehen werden. Auch wenn der Autoschlepperwandel immer werde ich den Autoschlepperwandel immer werde ich den Autoschlepperwandel. Und du meine große und geliebte Stadtratvorsitzende, auch ich, wie ich möchte, dass ich den Autoschlepperwandel immer werde ich den Autoschlepperwandel immer werde ich den Autoschlepperwandel. Ich will gerne in deine Nacht, was ist es so schön, warm und gemütlich. Schau, dass er da so wenig Platz drin ist, weil da so vieles, 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 vieles ist. Schau! 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 Schau!